Sag mal, können wir irgendwie noch mit Scout mäßig gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas... Was denn? Was zähmen? Ja, was zähmen können hier in der Nähe... Hab ich schon, ich hab schon geguckt. Ne Schretterike können wir jetzt nehmen. Vorne ist noch Schretterike. Ich hab nämlich noch tolles Fleisch, ich hab super tolles Fleisch. Äh, Terrezino ist ne Schretterike. Ja, aber ne, die kriegen wir ja im Leben nicht. Ne, äh, wir können... Der ist der Tod, der, 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 der... Ne Schnecke hab ich im Angebot. Wer hat den Dodo auf Folgen? Koja, oder? Ich hab den auf Folgen, ja. Ich hab super tolles Fleisch, wir brauchen Fleischfresser. Aber nimm mir mal ab den Wendern, dann mach ich mich auf Scouten-Tour. Moment. Nur noch neun Barren brauch ich. Einen Fleischfresser, sollen wir dann einen Sumpf abholen? Ja, danke. Nee, Sumpf würde ich nicht. Hast du nur Schmucko. Äh, ja, ein Trike läuft da rum, aber der ist halt wie zu pink. Und ist kein Fleischfresser, ich hab super Fleisch an Bord. Äh, gut, jetzt hier noch... An Bord. Geschiss, weißt du? An Bord. Ja, an Bord. Mein Rappen trägt da durch die Gegend. Der trägt das auch ewig, ne? Der, 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 das ist ja ewig haltbar jetzt hier. Ah, wir wollten... Wir wollten Dings hier. Wir sind doch im Sumpf. Wir können doch die Morphodons uns zähmen. Achtung, die Renzino ist am Brunnen. Äh, unten am, am, rechts von dir. Unten am, am Sumpf. Nicht Brunnen oder so. Ja, die muss aber bolern, sonst hast du ein Problem. Die gehen ja direkt auf dich. Hm. Die können wir nicht bolern. Ne, äh, die muss. Die Morphodons. Achso, die, ja. Die sind... Stell dich mal neben Jack. Die sind Bierpferde. Kann man aber auch nicht zähmen. M-m. Bierpferde. Ach, Bierpferden. Den hab ich noch nie gehabt, so ein Vieh. Ne, ich auch nicht. Nur einmal, wo es neu war, hab ich es einmal gezähmt. Ich hab sonst eben nie Bier, das ist das Problem. Genau. Ich hab im Spiel nie Bier. Hier gibt's nix. Was? Der Kano guckt reichlich verwirrt. Ist das öffnen? Oder kann... Oh, nee. Ich war hier grad so schön im... Kanos gucken immer schön verwirrt. In meinem Flow. Ich hab nen Iguanodon im Angebot. Die sind nicht zu unterschätzen. Und hier sind die Morphodonsinde. 200 Bits, dankeschön. Ich mach den jetzt. Warte. Ich weiß nicht, von was ihr sprecht, aber ich bin für jede Schandart bereit. Ähm. Waren. Muss er jetzt hin? Ich bin da in den Bierpferden. Äh, runter. Berg runter. Richtung... So. Weiß ich nicht. Du hattest zwei Schläuche, ne? Ja. Das ist gar kein Demorphodon. Das ist ein Clawtail. Hier ist der Demorphodon. Ach, da. Okay. Ich seh ein Demo. Okay, wir sind durch. Wir können weiter. Ja, ich... Weißt du, wenn das der Marschall wär, werden wir von auffahren. Was ist der Demo, den du meinst? Wo bist du? Weiß ich nicht, wo ich bin. Auf jeden Fall nicht bei dem Demo. Ich seh aus wie Cheech Marvin. Ach, ich seh dich da unten. Ach, ich seh dich da unten. Hast mich. Ne, wie hieß der? Das ist wie Cheech Marvin. Ich hab aber noch keine Feinde, ne? Wie hieß der andere, der... Nee, aber den kann man ja mit der Keule keulen, ganz gut. Genau. War das Cheech Marvin? Weiß das der Chat? Cheech und Chong. Wie hieß der mit der Brille und dem Bart? Naja, egal. Oder war's Chong? Das war Chong, ne? Cheech Marvin war der andere. Sinde, wo bist du? Ach, ich kämpfe hier gerade gegen Fliegeviecher. Okay. Ich hör dich irgendwie, aber ich seh dich nicht. Am Berghang. Können wir irgendwie unterstützen. Wollen wir nicht weiter. Wollen wir nicht weiter. Das ist immer so schwierig mit der Wegbeschreibung. Was ist mit dem Kanu-Sattel? Habt ihr den? Ja, der ist fertig. Super. Alter, machen wir uns weiter. Dann tamen wir unterwegs. Warte mal. Ich versuche jetzt mal zurück zu euch zu kommen. Ich finde euch nur, glaube ich, nicht. Ich lass mal hier noch so lange loben. Wir sollten das Bett dann... Ach nee, abbauen. Nee, können wir nur stehen lassen. Hinlegen, Appel. Cool, stehen lassen, ja. Lassen wir stehen. Die Werkbanken stehen lassen. Uh, können sie gewesen sein. Können die anderen auch die Schmelzen benutzen, wenn die die sehen? Nee, nee, nee. Okay, müsste ich aufschließen dafür sozusagen. Okay. Okay, wir können... Welche Richtung? Wieder weiter Richtung Norden? Ja, wartet mal. Ich such euch jetzt. Ja, ja, Sinne muss uns jetzt wiederfinden. Komm wieder runter in Richtung Sumpf und dann lassen wir die... Jetzt komm mal runter, Sinne wirklich. Komm doch mal runter von deinem hohen Ross. Was? Nee, das dauert ja noch länger. Der pinke trägt sich. Das muss doch hier sein. Weißt du... Ich meine jetzt... Weißt du... Ich versetze mich gerade mal in die anderen rein. Wie... Was ist das eigentlich für... Das müssen die mir mal beschreiben. Hm? Was das für ein Gefühl ist, wenn da... Paar Leute im Tütü ankommen. Und ein eiskalt wegrotzen, ja? Team E führt. Team E führt. So, ich bin da. Ist da, das ist schön. Äh, hast du die Kohle alle rausgenommen? Äh... Wir müssten eigentlich für die anderen nur irgendwas noch mobile zu besorgen, ne? Die Kohle? Nee, halt nicht. Nee, brauchst du nicht, weil Dodo eh langsam ist. Stimmt. Willst du jetzt hier die... Die... Das durchbrennen lassen, oder? Weil... Ich meine, da kommen doch noch Wachen raus. Äh... Natürlich jetzt... Nee, mein Inventar ist halt irgendwie... Ja, warte mal. Hast du... Hast du Sperre gebaut? Armbrust? Raust du, oder was? Wie viel Zeit willst du hier verballern? Hahaha. Achtung, Achtung. Die Zeit läuft ab. Bitte gehen Sie weiter. Danke. Hahaha. Das war dein bester Mias. Hahaha. Der war wirklich... Sehr gut. Hahaha. Aber... Aber wir könnten uns jetzt hier mit Armbrust ausrüsten und so. Wir könnten das aber auch bei der Oben machen. Mit weiter oben machen. Der Oben könnte viel schneller schießen. Mit weiter oben machen. Machen wir das weiter oben. Okay. Dann habe ich jetzt das Metall wenigstens wieder rausgenommen, ja? Ja. Das brauchen wir. Okay. Du bist bester Mann. Gut dann. Können wir vielleicht weitergehen? Ja, weitergehen, weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Hinter dem Horizont gehen wir weiter. Ein neuer Tag. Ja dann. Alles klar auf dein Treadoria. Jacky ist aber schnell unterwegs. Ich bin absichtlich jetzt. Ich wollte hier den Dodo anpassen. So, ja. Weißt du was? Wir können ja den Dodo vorgehen lassen. Dann verlieren wir demnächst nicht als. Ne, wir müssen halt nur uns dann in den Case. Ich passe mit Zenevichin schon auf. Das geht schon. Wir sind zu zweit. Sie hat den Raptor. Alles klar. Oder was immer das ist. Ich bin weg. Raptor. Das war ein Raptor. Das ist richtig. Hier. Hier kommt Jack. Wir rocken das. Wir rennen einfach schon mal vor. Mähen das alles um. Dann kommt irgendwann der Dodo. Befreit Dodo Punzl. Das war's. Oder? So, ja. Fertig. Genau. Weiter links. Schredderika auf rechter Seite. Sehe ich auch gerade. Meep, meep, meep. Schwierig. Das ist ein Kano. Macht der auch Schaden dein Kano? Nur mal so als Frage. Der Kano ist ein Coffee to go. Achso, ein Coffee to go. Heißt der so oder was? Nee. Können wir den nicht irgendwie ab? Hier, äh, beiß mal. Wieso höre ich Actionmusik? Ja, wir haben Mücken. Ach, weil komische Mücken. Versuch, dass ich Queenie hier auch machen. Ein Queenie brennt. Ein Queenie brennt. Ein Queenie brennt. Ja, ich... Das ist ja zum Glück nicht bei Friendly Fire, dass ich Queenie jetzt auch noch fresse mit dem. Okay. Okay. Das ist echt... Haps. Alle Spieler weg. Er sitzt oben auf Zeit. Bin ich jetzt alleine? Hallo, wo seid ihr? Hier. Unten so... Bam, bam, bam. Au. Wo fallst du ja? Denk dran, wir müssen noch irgendwie in den blöden Redwood, um, äh, nichts zu holen. Ja, ne? Also jetzt sind wir halt weit im Osten. Im Westen schon. Äh, ja. Da unten, da hinge man in den Felsen auch manchmal ein Nest. So ein Nest. Dann geh du vor. Ich kenn mich hier nicht so aus. Ja, ich muss auf den Dodo warten. Ach, du hast den jetzt. Und ich bin hier bei Hirnstütz. Der hat den Dodo. Ach so. Geradezu runter ans Wasser und dann rechts. Rechts. Warte mal, hier könnte ne, ne, ne Dings sein wieder. Rechts halt, nicht links. Ja, ja, da unten ist ne, da unten ist ne Note. Da unten ist ne Note. Ich hab nur, ich hab nur, ich hab nur links gehalten, weil unten ne Schredderike rumläuft. Aber hier unten ist ne Note, Leute. Kommt mal runter. Von euren Rossen. Müsste hier sein, oder? Ja, ja. Das ist diese, diese Vase da, ne? Perfekto. Oh, sehr schön. Jemand hat den Deckel von der Vase verloren. Entschuldigung, war kein Absicht. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was killen, Leute. Kommt ihr, kommt ihr killen? Kommt ihr killen? Soll ich beim Dodo bleiben, oder soll ich mitkillen? Du kommst mitkillen. Du kannst Pfeile schießen. Du schießt Pfeile aus dem Darm. Auf wen? Auf die Schredder? Auf die Schredder? Ich weiß nicht, was das für ein Level ist. Ihr müsst mir das übersetzen. Dieses rote, große Federfieder. Das sind auch keine Worte, die man wirklich benutzt. Also, Schredderike gibt's nicht. Der Terrezinosaurus. Also, der Terrezino kann uns wegmähen, wie nix. Wie groß ist der denn? Weiß ich nicht. Wenn der groß ist, wenn der 150 ist, zieht er uns ab. Ja, hinter mir ist so ne Mücke. Komm, komm. Also, Mücke oder Schredder jetzt? So, was soll ich angreifen? Nix. Gar nichts, gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Wir gehen jetzt erstmal zum Wasser. Da ist ein Günni, den kriegen wir aber auch nicht weg. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Lord Schnabel von Gürzel. Wir müssen ihn begleiten zur Dodo Punzel. Kennt ihr vielleicht das Märchen mit Dodo Punzel? Den langen Haaren vom Turm herunter und so? Ich könnte Hilfe gebrauchen hier, Leute. Dringend. Oh ja. Uiui. Oh fuck. Mit Rudorn. Hab ihn. Das sah nicht nach so vielen aus. Was kämpft ihr denn da? Ich bin gleich tot. Ich seh nix, mit was ihr kämpft. Ich lieg auf dem Boden. Ich lieg auf dem Boden. Ich versuch ihn. Ach da, so ein kleiner. Was ein stresser Vieh. Ich kann nicht schießen. Ich hab hier ne Aussage ab. Was ist das für ein Vieh? Sterb doch endlich. Rudorn. Ach da, so ein kleiner. Mach's platt. Okay, ist weg, ist weg. Boah, ich bin fast tot. Ach Queenie. Mach dir nix draus. Wir sind doch da. Wir helfen dir doch. Warte. Weißt du, wir sind doch ein Team. Ich war so lange drauf hier rumgesprungen. Die ist halt im Boden versunken. Was stand oben in der Info? Ich hab's leider nicht gesehen. Ich auch nicht. Wie jemand kämpft. Ich hab mir unter's Tutu. 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 Queenie müde, Queenie schlafen, genau. Tutu. Tutu. Ich kann dir schwarze Bären geben. Da schläfst du ganz schnell. Ja. Ich fütter dich grad mit weißen Bären, aber ich will nicht zu viele, dass du nicht der Hunger durstest. Der schwarze Bären-Dealer. So, kommst du. Bis wieder. Danke. Was stand denn da oben in der Nachricht? Ich hab das leider überhaupt nicht in der Scheibe. Da noch. Runter. Ach, nicht schon wieder so ne Mücke. Was machst du denn? Hast du da? Hol dir doch mal Autaren. Hol dir doch mal Autaren. Hol dir mal Autaren, genau. Sprich schon mal ein, das Viehzeug hier. Ja, echt. Dirk, ich weiß nicht, was das bekämpft. Ich weiß nicht, was ihr bekämpft. Bei mir kommt hier den Boden rein. Was? Da stand, dass wir schnell nach Norden müssen. Ich weiß nicht mehr, was das dann ist. Ich hab's nicht lesen können. Statt das echt, dass wir schnell? Grundlegend machen wir keine Strecke, aber ich weiß nicht. Ja, pass mal auf. Wir sind ja jetzt schon, äh, sind wir ja schon fast. Ja, wir müssen jetzt da mal so in Richtung. Ja, nicht ans Wasser. Wir müssen da an die Berge. Wir müssen jetzt nach Norden laufen. Ja, da ist nur Schredderike da rechts. Deshalb lauf ich jetzt erstmal... Ja, deswegen kann vorbeilaufen, bitte. Könnt ihr mir mal erklären, was Schredderike ist, damit ich auch weiß, was Gefahr wird. Links von mir, der Rote. Ja, okay. Der hat doch einen ziemlich großen Aggoradius. Okay, dann gehe ich jetzt mit Dodo, gehe ich hier... Oh ja, jetzt zum Beispiel. Das ist halt ziemlich nah jetzt schon. Ja, hier längs. Na, okay, jetzt. Er dreht um, perfekt. Achtung, Trudon. Komm, Lordi. Beweg dich. Herr vom Bürzel, bewegen sich mal bitte. Alles gut, du kannst weiter laufen hier. Tempo, Tempo, los. Lauf, lauf, du faulen Socker, los, Tempo. Dreh die Stirn, den Bürzel, los. Hier ist ein Eis. Oh, liegen lassen, liegen lassen. Oh, oh, Alpharaptor, Alpharaptor. Das ist ganz schlecht. Wo? Ja, hier oben. Sind die Alpharsinn deaktiviert? Habt ihr das nicht? Habt ihr das eigentlich angepasst? Wir müssen am Strand längs. Wir müssen am Strand längs. Da oben ist ein Eis. Wir müssen am Strand runter. Wir müssen am Strand runter. Okay, Strand. Ja, hab ich doch gesagt, zum Wasser. Da, wo dieser Flugvieh ist, da hinten? Hier einfach runter. Du läufst richtig. Da, wo das Flugvieh ist, genau. Herr Lord Schnabel, bewegen sich mal bitte. Herr Lord Schnabel, schnatt. So, komm los, hier. Weg da, ihr die los. Schnatterinchen. Also, Gegnerteam, ich hab das Ei aufgenommen. Es ist nichts passiert. Ich krieg das Geld trotzdem. Was? Nein. Nein. Ach so, ach so. Jetzt, ja. Das ist manchmal, ja. Hier kommt ein Krokodil links. Ja, das gehen wir weg. Wollen wir das mitnehmen? Am Land ist es so lahm, oder? Wir sollten jetzt echt langsam mal... Lass uns jetzt echt mal langsam Meter machen. Ey, der greift unseren... Ne, tut er nicht. Alles gut. Wo ist denn der Dodo jetzt hin? Du hast eine Aufgabe. Ja, ich weiß, aber ich seh ihn nicht. Ne, der ist hier, der ist hier. Oh, das Krokodil ist... Da ist er. GroKo! GroKo! Lord Schnabel, kommen Sie zurück. Okay, wir machen Krokodil, wird weg. GroKo ist weg. Günü ist hier. DPS unter uns. Oh, warte, 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 warte! Den müssen wir... Günü zieht hier durch. So, Sekunde. Ja. Der ist nämlich 100 und schieß mich. Ja, großartig. Großartig. Das Arme. Soll ich helfen im Knüppel? Soll ich helfen im Knüppel? Lass mich. Schieß den Pfeil rein, los, mach schon. Oh, das war's. Wie ich da? Noch nicht. Wo war das jetzt? Oh, dann kommt die Frau. Die Frau ist da. Oh, bohle ich. Eine Bowler, ja, warte. Und der hat dann einen Cooldown. Ist er, ist er betäubt? Ja, ja, ich hab ihn gewollert. Betäubt den hier auch? Betäubt den auch hier? Der andere fliegt wieder. Der andere fliegt wieder. Fliegendes Stachelschwein. Aua. Oh, voll daneben geworfen. Nice. Hier ist noch ein Dings. Ich hab irgendwie mal anders die Bowler gerade. Aua. Hab ich. Was ist denn mit euch? Kann mal jemand da das Vieh wegmachen? Boah. Jetzt greift mich hier auch noch eins an. Der liegt. Einer liegt. Einer liegt, das ist gut. Was ist das denn hier? Nilo. Wo ist denn der andere Freund? Oh, wer hat denn mir ne, wer hat mir denn ne Narkosepfeile im Kopf geraten? Der, der die Narkosepfeile hat. Der hat eine Narkosepfeile. Ah, ich hab was, warte. Alter. Sorry. Hau ihn um. Hau ihn um. Oh, ich werd, ich werd hier b-b-benutzt. Nee, komm klar. Ich werd benutzt. Das ist unangenehm. Nicht im Wasser liegen. Au. Oh nein. Ich bin unruhen. Macht gefallen. Jetzt ist er so betäubt. Sehr schön. Kann mich jemand das in Wasser ziehen? Sonst sterb ich hier gleich. Wo bist du denn? Was ist das denn für ein Chaos? Ey, das ist eine völlige Eskalation hier. Danke. Danke. Wenn der Doto-Lieferdienst, ich glaub der Doto-Lieferdienst ist kurz vor... Ich glaub ich war das. Es tut mir leid. Der Doto-Lieferdienst ist kurz vor Delivering stand da irgendwie. Und wo ist jetzt das andere Vieh? Wie lass ich dich denn los? Nimm ne Axt in die Hand oder so. Was ist das denn für ne... Danke. Wo sind denn jetzt die chaotischen... Wo sind denn jetzt diese chaotischen Tiere? Hier ist guter Fleisch. Hier ist wirklich falsch. Der ist nur Level 3. Wo ist denn der Gute? Der Level 110er. Der ist doch davon geflogen. Wie davon geflogen? Die 17er liegt am Boden hier. Ja. Der ist tot. Ah, den können wir noch auseinander nehmen. Bei der Goya ja nicht levelen möchte ich eine persönliche Information geben. Der Doto-Lieferdienst ist in der Höhe des Vulkans auf einer Linie bereits, während die Strandbewohner noch in den Liegestühlen liegen. Ja. Wird eingeblendet. Das heißt aber, die sind noch nicht... haben jetzt noch nicht die... den Turm? Nein. Die sind auf einer Höhe. Ja. Wenn man die Map aufmacht, so mit dem Vulkan. Aber sind wir doch auch fast 30, 40... Ja. Wir suchen ja hohen. 50 Kilometer einfach. Deswegen seid ihr ja Team 2. Ja. Also an zweiter Stelle. Ja. Wir müssen hier an den Hängen gucken. Dankeschön. Danke, dass du noch reingekommen bist. Jo. Viel Spaß noch. Danke. Habt ihr den... Die Merv, habt ihr den mitgenommen? Ja, den hab ich hier. So, okay. Wo ist Guni? Brrrr. So, das war zum Glück... Das geht doch locker. Also ich finde, das war jetzt eine ganz, ganz souveräne, völlig gute Zähmung. Super souverän. Schaut bitte rechts mal an den Klippen, da ist manchmal ein Bienennest. Ja, da hinten ist noch ein Dimorphodon. Wollen wir den mal schnell zähmen? Nein. Okay, dann nicht. Aber ihr habt gesehen, wie nervig die sein können. Oh ja. Wo denn? Wo ist denn da hinten? Hinter uns war einer noch. Wo wir waren. Achso. Nee, komm. Ich hab Bock auf ein bisschen... Bisschen... Ja, aber... Bisschen... Irgendwo an den Felsen irgendwo dann? Dazwischen oder so? Ja, die hingen dann hier so an diesen Felsen dran. Okay. Okay, ich guck. Also manchmal ist hier eins. Okay, ja. Wir fragen auch. Da sind die auch manchmal so. Aber da müssen wir ganz schön schnell sein, wenn wir das hier... Kannst du mit dem Raptor nicht einfach mal scouten gehen? Mit dem Raptor, ja, wollte ich sagen. Ich scoute doch schon. Ich bin schon längst unterwegs. Aber sie fliegt runter denn, ne? Also sie fliegt dann runter erst mal. Wenn die Bienen kommen, ja. Oh fuck! Stopp! Hier... Minyas? Ja. Siehst du da links diese Vögel, die da am Wasser kreisen? Ja. Das sind Klauviecher. Die stürzen sich auf dich herab und klauen dir was und zerstören es. Also da richtig Abstand halten. Dann... Musst du an mir... Ja, muss ich. Achso. Ich wollte doch... Ja, da hat's noch ein bisschen... Klauviecher ist auch der Fachbegriff, da gehe ich davon aus. Das ist der absolute Fachbegriff. Kannst du Klaumöwen sagen? Oder Arschlöcher. Oder blöde Arschlochviecher, genau. AK-Viecher. AKK. AKK geht auch, ja. AKK. Gut, die ist ja zurückgedreht, dann macht ja nichts. Arschloch-Klau-Kleptoman oder Arschloch... Ja. Ja. Pegomastax. Oh, Pegomastax, ja. Die... Aber die gehen wenigstens noch. Die... Weißt du, die... Es gibt auch Pegomastax, die... Die klauen dich und laufen mit dem Ding dann weg. Dann kannst du so töten und dir wiederholen. Aber die, die hier fliegen, die zerstören es. Ja. Ja. Ich glaube, jetzt hier harten Lornen, ja. Was denn? Ich glaube, immer noch 75 Narkose-Pfeile. Und du hast gerade gesehen, wie treffend ich bin. Achso, ja. Du hast wirklich geschossen auf. Machst du das wirklich? Hast du mir eben da den Pfeil? Ja, ich war das wirklich, ja. Ja, du bist ein Arsch. Ja. Minias, wie sieht's bei dir aus? Alles gut? Ja, herrlich. Ja, Dodo ist halt. Sind die noch hinter dir? Deswegen kann ich abheben. In dem ist niemand. Ich glaube, der braucht mal ein Pflaster. Der hat Blasene. Fini, kannst du ein bisschen so den Rücken vom Dodo sichern? So mehr oder minder? Ja. Wie sowas mit Cinewittchen war da noch ganz bei mir. Die Sinde ist, die Sinde ist am Scouten nach Zeug. Achso. Und ich bin auch ein bisschen am vormarschieren, um zu gucken, ob da was ist. Ich jag euch gerade mal einen schönen Tech-Gyni entgegen. Level 96. Sollen wir den mal zähmen? Ja. So ein Breitier nicht verkehrt. Gynis sollen gut sein, habe ich gehört. Siehst du uns? Nee, ich bin ziemlich weit am Strand auf. Ich versuche den zu euch zu jagen. Also wir sind, wir sind oberhalb des Strandes gerade und sehen in der Ferne Eis. Ja, da sehe ich wohl auch. Wir sind aber, wir sind ganz, wir sind roter. Nee, das ist ein Vogel. Schläuche auffüllen, falls es verbraucht. Lauf, Gyni, lauf! Ich sehe dich nicht. Bist du ganz unten am Strand? Ja, ich bin am Strand unten. Soll ich am Strand runtergehen? Ja, ich sehe ihn. Ja, ja, wir gehen am Strand. Gehen wir am Strand. Ich kann den... Aber ich sehe, glaube ich, den Tech-Paar da. Wir tanzen gerade über einen Stein drüber. Ja, da hinten ist er. Hä? Holer einen Anschlag, ich hab. Okay, ich sehe ihn nicht, aber... Silbergrün. Ja, ich hab ihn. Ja, genau. Da ist er. Pfeif den, pfeif den Dings ab. Ne? Den, äh, den... Ja, Karno. Hab ich, passiv. Warte, ich hab ihn, brauch nicht. Was? Es wird bald frischer Nachwuchs auf dem Server erwartet? Wir wünschen den Eltern alles Gute? Weil der Zug, was? Betäubst du? Ja, ja. Okay. Ich hab keine Narkosefeile, leider. Nicht? Ne, ich weiß. Ich war der Einzel, ja. Hätte ich hier nochmal... Ihnen lässt, glaube ich, leider keins gefunden. Hat jemand noch ein bisschen Leder? Im Ginny bestimmt. Schau mal. Alright. Ich guck mal. Und ich kann versuchen, nochmal zu wundern. Oh, da liegt der schon. Hä? Hä? Ich hänge. Müssen wir Robocop jetzt mitnehmen? Ja, ja, müssen wir. Ja. Huch, Reittier. Brauchen wir. Ähnlich gut... Ähnlich gut wie der, den ich hab. Und ich hab hier noch einen 90er. Hauer. Was denn? Ich werd angegriffen von irgendwas. Oh, die Troodon sind... Äh, sechs, sechs, sechs. Äh... Ähm, ich bin leicht tot. Ne. Geht er weg von dem Ginny. Oh Gott. Wo ist er denn? Was hat mich denn jetzt runtergehauen? Ja, irgendjemand hat mein... Troodon. Ich bin... Nein, jemand hat mein Ginny gepohlert. Ja, eicke. Ach, aber du soll wieder! Ja, weil du wieder in mich reinlaufen musstest. Queenie, soll ich irgendwas... Kann ich irgendwas machen? Ja, ich bin müde. Kannst du selber halten? Ach, ach, ach. Sie ist bewusstlos. Ja, ich seh sie nur nicht da. Haben wir hier Dings? Ja, sie hat selber. 143, alles klar. Hab ich, hab ich für ihn reichlich reingetan. Weißt du, dachte mir so, kann das gebrauchen? Ja. Geht runter? Ja. Geht schnell. Muss was trinken. Dream Team, absolut. Hilf doch. Oh. Sieht das Geschieße eigentlich wegen dem Valentinsevent so komisch aus? Ja, ähm, wenn man den Skin von dem Bogen drauf hat. Ja, ich hab den jetzt drauf, weil ich dann sehe, ob ich treffe. Finde ich eigentlich so schlecht. Genau. Das stimmt. Wenn wir schon... Oh, es ist kalt im Übrigen. Wir können unsere Lederrüstung anziehen. Können wir Feuer machen? Achso, wir können Lederrüstung anziehen. Aber wir könnten noch einen Parasattel machen, ne? Ja. Ich hab noch einen. Ich hab einen. Und wir können Fackeln auf die Sättel ziehen. Was? 20 Kilo groß? Geht da rein? Mensch. So, Sattel ist drin im neuen Gyne. Ist sogar der... Mit dem Skin drauf. Guck mal, hier gibt es Licht. Ach du, hast du... Hast du von dem Ding mitgenommen? Ah, du bist... Ja, wir haben doch einen gekillt, ne? Ja, deswegen. Oh, dann kann man da auch einfach nehmen. Ne, eben. Einfach nehmen. Macht man eine Fackel warm? Ja, ein bisschen. Aber nicht... Nicht wirklich nennenswert. Lager habe ich angezogen. Und wie sieht es aus mit dem Feuerchen machen oder so? Das verrät uns auf 25 Meilen. Und die Fackeln nicht? Äh, doch. Bäh? Ja, aber ich will jetzt hier nicht in... Komm, wir laufen einfach weiter. Ja, lass uns den Gynei da erstmal aufwachen. Wir müssen den Gynei erstmal fertig machen. Ach so. Wenn ich jetzt mit... Wenn ich jetzt mit Jackie vorlaufe und ihr bleibt zu dritt... Nur am Strand. Wir bleiben am Strand. Machen wir das so? Ja, dann lauft ihr irgendeinem Team in die Fängen und dann... Hier sind Team zwei. Vor uns ist niemand. Oh, oh. Mit wem legst du dich denn da hinten an? Hä? Guck mal da. Da kommt was Fieses. Ne, aber der kommt trotzdem. Das ist ein Kroko. Kroko. Nein, das ist kein Kroko. Das ist hier so ein Holzfäller-Ding. Ach so, so ein Holzfäller-Ding. Was macht der denn hier? Arsch! Der bringt uns Honig. Das ist der, der immer niest, ja. Denke ich. Bitte, denk dran den Honig. Äh, ja. Dodo Pünzl möchte dich daraus warme Honigmilch machen. Im Turm ist es sehr kalt. Ja, super. Die Message ist die manchmal nur für uns. Kann das sein? Und da spielen ja nicht noch andere... Doch, ich schätze mal schon, dass die wissen, dass wir Honig wollen. Aber, ähm... Manchmal soll ich nicht wühlen. Aber, äh... Boah, Stroh. Vielleicht sind ja andere schon irgendwie ins Eis gerannt jetzt, oder so. Ah, Winnie ist gleich fertig. Ja, ja. Wieso kommen Herzen aus dem Wasser? Ja. Willst du sie haben? Queenie oder Hirnsturz? Wo bist du denn? Auf dem, auf dem Vieh? Ne, ich begleite den links. Du kannst doch auch auf dem... Lass doch Queenie drauf, ist doch gut. Ja, okay. So, ist ausgestattet. Aus... Was soll ich den stellen? Auf, äh... Passiv? Ich hab meinen auf Passiv erst mal. Und Pfeifen dann... Okay. Beleg dir Attack this Target. Außer du hast einen Stein, dann würde ich die nehmen. Das allerwichtigste. Hab ich auch. Dann nimm mir mal den Stein. Gib mir mal den Stein. Machen wir so. Attack this Target? Mit dem, mit dem Vieh, was ich hab? Nein. Und wo ist sie? Doch, doch. Kannst du auch machen, wenn du nicht drauffrisst halt. Tee halt. Dann kannst du gezielt... Gib mir die... Ich, äh... Diesen Pfeifbegriff kenn ich gar nicht. Ne, die liegt keine. Doch. Die liegen nur Steine. Ja, dann kannst du in den Tastatur befählen. Hat jemand anders die jetzt weggenommen oder das? Hat jemand von euch ne Pickes? Ach, ich hab die selber. Mein Müller. Könnte es sein, dass sie ein wenig durcheinander sind? Nein. Niemals. Niemals. Müller. Ich wünsche mich. Untertitelung. BR 2018